Und hier muss man als Misslungen bezeichnen. Freistoss für Aarau. Und für die Misslungen, für die Aktion gelungen. 2 zu 0 für den FC Aarau. Marco Arador. Die Aktion im Gegenteil von Diernava ist zu 100% gelungen. Ein sensationelles Fristos-Gol, das da, meiner Meinung nach, die Entscheidung ist, die drei Punkte für den FC Aarau.